also finde ich das irgendwie schon ein stück merkwürdiger ja immerhin schon die map was soll es nicht so laut ok warum die franzosen hören dich blablabla ich glaube das wird wieder ähnlich zerstörend sie dürfen diese ziel nicht kriegen verteidigt hier nichts mit dem mg das ist es dann da oder kann sie mir gut dass wir im team genau zwei stürmsoldaten aktuell die eine ist tot ich ach da kommen sie schon wieder zu viert ich will ja ich kann halt durch den stoffzelt hat nix nichts können hier schießt vorbei spotten leute daran so schwer so raffen ja ja au was ist rev revive nee heute geht das nicht so lebt der Panzer noch ich hab keine Ahnung da lebt ja ich steh grad an so einer semi guten Position um das zu beurteilen ob der Panzer noch steht semi gut ist nicht ganz schlecht war auch nicht ganz gut das ist wahr was ist denn wenn die Prüfung semi gut lief ist sie dann immer noch bestanden oder ist das dann schon zu schlecht das ist eine gute Frage leichter Panzer ja keine Ahnung siehst du halt nicht steht im Rauch irgendwo drin das war halt weil andere spotten und wir das tun sowas nicht wow krass au 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 tot euer von hinten klar auch von diesem Trophy Junkie ne noch nicht tot ich habe es abgewählt so der Beschuss eigentlich nicht das kann ich auch nicht verordnen ich bin auch ein bisschen angeknickst aber jetzt bin ich nachher ins Kampfgebiet zurück ja 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 was spricht dieser rote Baron da das war der rote Baron der aus unserem Squad so fast you move this game aha 95 ja meine Antwort auf diese Meisterleistung ist ja aber nur Sonntag ist heute so ein Schocken das hat hoch oh wir verlieren war was neues echt wir hatten wir heute nicht so ne das verlieren hm na mit Verlust kenne ich mich nicht so aus ah ich gewinne immer au wo kommt denn das her na was jetzt genau das was sich tötet oder ja eine gute Frage also manchmal habe ich schon kannst du mich aufheben äh oh ja ups manchmal habe ich schon so äh äh zieh doch auf oh man äh schon so das Gefühl dass diese LMGs ein bisschen zu stark sind ähm hallo voll idiot voll idiot natürlich 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 das ist halt immer dumm wenn man im giftglas wiederbelebt wird die scheiß maske aufziehe und dann steht schwer jemand der in den Kopf schießen will ich dachte man freut sich erstmal an den Gerüchen achso ich führe ich hier dass es zu unserem äh leidwesen geruchlos ist dieses Gas aber doch etwas arten wie gereizend etwas die höchsten ja immer so rum was ach jo mann ich bin manchmal bin ich aber halt einfach fürs abschaffen von sniper das wäre halt unrealistisch ne ne naja aber mit einem koordinierten team ist es nicht so schwer sniper-nester auszuheben aber was ist da die fehlende oder beziehungsweise unbelegte variable ja wir wissen es beide du das team genau richtig also warum ist der nicht also er steht da und er bietet sich ein direktes feuergefecht mit dem warum ist der nicht gespottet das ist jo toll Gas hat der Gasgranate Mörser abgeschossen Gasgranate Mörser ja ich sehe dass ich gekillt wurde durch eine Gasgranate und dann sehe ich dass der Typ am Mörser sitzt ok also ich meine vielleicht hat er dieser da auch schnell hingewechselt aber äh ja weiß auch nicht kann man jemand mal diesen Panzer spotten der da irgendwo noch ich versuche es seine Bahnen dreht ich versuchte es das gelang mir ah der ist schon hin oder ich weiß nicht der wo da steht ich weiß es nicht genau so genau kann ich dir das jetzt ja gar nicht sagen ach so schade ja gut oh ja ui wachsoldaten ausgeschaltet gut sind ja alle so blöd und rennen ins Gas nehmt das ein nehmt das ein nehmt das ein bam wir haben Einsatzziel boah so scheiße hm oh god simio ich hasse diese Menschen du bleibst du nächstes braun Menschen also tode Menschen die sich äh die den Tod vor schnell verlassen wollen ja richtig ja keine Ahnung du kannst die Leute sogar markieren ne das ist mir das Schuss das sieht ein scheiß boah ich brauche Heilung Jo Artillerie war Haken toll Symbio schön so darf man ach Bertha alles wie immer hauptsache sich selbst schnell wieder schnell wiederbeleben so sieht man hier etwas ach verdammt jetzt könnte andere aber mal was für sein Geld machen ne er stirbt ach keinem hab ich gelegt er hat wohl gedacht er macht mich ja alle mit seiner Pistole dann habe ich ihm die Schrotflinder an den Kopf gehalten wir haben Einsatzziele Albert verloren ich gebe doch nicht woos Moment Auszeit Gasgranate 92 Servicestars ja ach von außen erschossen ehrlich ja 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 also wie ist das dann wenn wir 100 Kills für den Servicestar brauche doch ok wir verstehen uns ich weiß nicht mehr so man hat ja nicht mehr man braucht ja dann immer Nachschub für diese Gasgranate also ich verstehe das nicht so schon mal wieder ein bisschen blödgranaten durch die Gegend ist immer gut doch jetzt hängt es was hängt der Fortschritt zur Eroberung aber jetzt gibt es mal einer ich äh da rein bequem wir haben Einsatzziel Werther verloren hoch das war es dumm oh die haben B geholt das war schlecht ja diesmal könnte es was werden haben wir nur noch 20 ja ich bin ich bin verwirrt die haben doch die LBB Menschen da ja war der AFK alle alle es sind glaube ich nur noch 2 oder so achso die anderen haben Feierabend müssen schlafen gehen morgen Schule ja Hülle raus aus Battlefield Moment war das nicht Jodel egal das ist ein großes Konstrukt ja alles aufgekauft in Facebook Jodelfield Jodelfield bei Zuckerberg au 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 ja au 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 du das der netcode on this game is amazing was will der mit seiner 11 zehntel keine Ahnung aber die 99 von dem anderen typ finde ich ein anderes an solid 5 noch zwei verteidigungen ne sag ich nicht der luftschiff bekommt verstärkung durch einen feind so wie wird man denn jetzt herr diesem luftschiff haben wir irgendwas stationäres bestimmt man muss es nur finden ja gut wir schießen einfach mal mit einem normalen gewehr drauf wirst du auch mit manchen lmgs funktioniert das sogar einigermaßen also ich wenn ich mit meinem oder der panzerbüchse treffe dann trifft das genau 3 das ist doch schon mal nicht schlecht also das mag jetzt vielleicht etwas zynisch klingen aber ähm ich bräuchte noch etwas mehr also ich hab ja nur 3-4 schuss ach ja er hat auch 5 service da ist mit dem luftschiff ja das ist halt dumm dieser panzer der denied uns halt grad flaggeschütze auf war das ist doch muss er verweigert sie richtig wo sind denn die diese flach soll im graben da so so dass eben an einem anderen kampanzen hat mich verlegt wie nett hau 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 toll ja das war's man keine ahnung wenn es nicht so knapp ist dann sind halt die luftschiffe dann halt zum zuviel ok ach gehen wir hier auch panzer eventuell ja steht da beim Hof rum klasse aber hier gibt es doch irgendwo was zum schießen oder nicht das ja ja wo ich Ja, schön. Oh. Mood deaktiviert. Nice. Kommt dann einfach mal der Band so über einen drüber gefahren, ne? Ja, gut. Oh, schützt ab. Ist kaputt? Oh, das sind gute Neuigkeiten für uns. Hui. Warum habe ich jetzt nur noch eine Gesundheit? Ich hasse jetzt den leichten Panzer. Bla, bla, bla. Er gefällt mir. Look, Minimap. Bla, bla, bla. Hey, du, und dann? Los, zum gesinnte Quartier. Ich fahre mal hier auf den. Okay, der fliegt sehr komisch. Sehr unruhig. Au, 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 au. Au, 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 au. Oh, au, au, au. man muss der ausgerechnet dann anfangen das scheiß ding zu neigen wenn du versuche irgendwas zu treffen ja weiß nicht wie furbe monik wenn ich fast das gefühl dass es dafür auch service das gibt der kommt immer mensch und ponze ist unerwies jetzt kommt hier ja jawohl jawohl also meine augen fliegt er sehe ich nicht gut das ist mir viel zu unruhig oder muss das so sein ich weiß nicht ich weiß ja nicht ob es überhaupt besser geht das ist je nach flugzeug ich auch nicht aber es ist so echt sau schwer ich tue mir heute auch schwer damit dreht sich halt so häufig gegen meine eigene bewegung mit dem gewehr aber wahrscheinlich ist es auch eher zur flugabwehr gedacht nach man ja wenn du hinten sitzt wahrscheinlich ja das ist nur so ein zweimann ding so wer und panzer panzer der nicht gut genutzt wird panzer herum steht noch nicht sein wie habe ich denn das getroffen man dreht für mich zu früh ab ja und das bringt jetzt nix gott schwindelig man pop hol mich nein ich konnte in diesem flugzeug nicht mehr länger drinsitzen man verursachte kopfschmerzen los die sind in diesen durchgängen sich direkt wieder dahin gerafft hat es mich immer weiß ich schon losgespringt mann und dann so eine scheiß bar so kopftreffer mit der panzerbüchse sowas ist schon brutal als kopftreffer mit der panzerbüchse ja das ist kopf nicht mehr da würde ich mal behaupten ja wo ja wohl eine verteidigung ja dann haben wir für heute aber was gewonnen nicht passiert obwohl wir haben immerhin noch drei sektoren ja aber wir bekommen die erfahrung zeigt wenn der eine sektor fällt dann dauert auch nicht lange bis der zweite aber der letzte der ist hartnäckig ja das ist oft so so ich glaube ich versuche mal nicht wieder nie soll ich vielleicht wieder bei dem typen einsteigen ich weiß nicht so genau ich fand es ja schon ganz witzig und gerade das luftschiff ganz ganz witzig bin ich jetzt falsch eingestiegen ja aus du musst doch nicht ich kommt zurück bin ja 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 auch das als meine göttliche pflicht hier das duftschiff etwas zu malträtieren ja du das ja 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 Wir haben Einsatzteile Werther verloren. Ich bin zu 3. Wir verlieren Einsatzteile Werther verloren Was, wie haben wir das jetzt gemacht? Ich weiß nicht. Oh du! Ich bin zerstört. So, durch mich jetzt an. Spoten, 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 sporten, sporten. Ich habe ein Panzer gespottet. Ich habe ein Panzer gespottet. Ich hätte mal eine Frage, wenn man im Hardcore hier so in diesem komischen Angriffsflugzeug sitzt und schießt dann nach vorne aus Versehen seinem Piloten in den Kopf stirbt er? Ich glaube nicht. Du kannst auch durch das Flugzeug durchschießen. Ich glaube das ist alles unsichtbar quasi. Irgendwie hatte ich hier so eine tolle Mauer. Jetzt habe ich einen Unfall. Also irgendwas hat mich jetzt ganz dumm gekillt. Irgendwas. Ein Fehler. Oh. Oh. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Hm. Wir verlieren den Albert. Wir könnten mehr Flugzeuge verwenden. Ja, dazu müssten sie frei sein. Ne, die könnten wir benutzen. Ich glaube nämlich großer Inhalt dieses Flugzeuges, das wir hier gerade auch fliegen. Das ist nämlich andere Flugzeuge abzuknallen. Oh. Mist. Oh. Verdammt. Eine sehr schlechte Sache gerade. Oh. Ja. Töte. Töte. Und dann. Nein. Nein. Das ist hier drauf. Wie sieht es aus? Äh. Ach. Äh. 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 auch man sollten wir so eine der nur so weit reinfährt dass er selbst scheiß einnimmt was gibt es häufig voll der arsch am mann naja und panzer nicht gesehen lbb främen denn habe ich vorhin zu meiner freude mal zweimal hintereinander ausgeschaltet auch verdammt da kommt ich auch hallo das ist nicht ein vertiefigter an alter bleibt so diesen red baron habe ich jetzt die nummer war ich dumm belebt den typ wieder und sie nicht dass dann feindlicher typ steht der knallt mich um und er gilt den auch sunny ja und läuft dann weg ja jetzt ne die totale nettigkeit da man ob das dürfen jetzt hat gewinnen das macht gar keinen spaß jetzt wenn die jetzt gewinnen kotzig in strömen gott nicht nur im strahl strömen nein jeder so schnell wie verloren nicht gut ja es noch was ist es noch es geht wieder zurück spotting jetzt hier das a und o ja das alpha und das omega da oben noch was drauf ja das wahrscheinlich schlecht jetzt scheiß rückstoß von dieser schrotflinte hätte mir fast das leben gekostet lucky nein 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 er kommt nur hoch kommen nur hoch mist die kolik war verdammt stand einer warum sagt mir sowas wenn man es ist und der durch den duchten rauch nicht sehen na immerhin den habe ich geholt ja das ist hiet hat der jam und touring speed b verloren das darf nicht wahr sein holt es zurück ihr schweine so im laufen gibt der wir jetzt schatz er ist da außen am gelände ja toll ja toll schneller 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 alle unter beschuss klar die leute halt mal spotten würden es wäre so für flucht gut wenn man da reinkäme und wüsste wo die gegnerischen einheiten stecken ja au mann scheiß trick ob wir leben nein kann jetzt nicht sein ob den holen wir wenigstens shit nein die kriegen ja für jeden den die bei unserem rückzug erschießen von uns ein ticket sollten wir uns beim rückzug am besten erschießen lassen richtig deshalb sieht das jetzt auch noch so und final aus weil jetzt quasi noch das sollte man eigentlich nicht so davor ich meine ich möchte dich holen schlimm so schauts aus halt da was geht da ab mit einer panzerbüchse krassig nein auf ihm auf ihm das richtig hoch ja ich bin auch man ich wurde auferstanden oder so schützen zum kotzen da ist ein taucht hat toll weil ich glaube ich werde ich da gekült hat was auch mal wieder leben über springen ist so dabei stirbt jedes mal ein hundewelpen wenn man das macht das wäre eine gute werbung für die leute das nicht mehr tun das ist der plan drehen einen spot welche hunde will muss sterben das ist ein exempel statuieren was ist ein wieso bewegen sie sich so warum leckt das so das sind unnatürliche bewegungen die nicht von einem menschen durchgeführt werden so als gut schmeckt deshalb lecken die leute daran ja und der panzer da steht also abseits des gefichts quasi lassen sahen eben warum lassen wird so sind so richtig dumm wie stroh stroh schon kritisch das ist noch weniger also noch dümmer ach so auch vielleicht dann wie ein bisschen ja jetzt sind sie irgendwie wieder mehr sind wir wieder mehr sind die wieder mehr sind wir wieder mehr ein hin und her aber immerhin acht nur noch ein ticket oh ich wurde befördert die bonus 23 1666 das ist doch schön was ne so noch hier zu sehen ja ja man kann nur spekulieren disco disco hier ist cheating report me i can attest aha interesting was wieso soll der cheat beworben soll der cheater sein ich weiß nicht seine 123 kills möglich sich ein sieg für die für uns die guten für die guten jetzt will ich den screen noch schön ansehen deutlicher 2,5 hat hat punkte wie ist es denn bei 27 ist es da ein ein unvermeidbarer sieg unvermeidbarer sieg klingt gut hier sieg war unvermeidbar okay ist das gut ja das ist doch ein gutes ende der runde oder sehr sogar um mit einem day zu callen sehr schön das ist balsam für meine augen punkte im trupp top bin ich ich hab mich ein top mensch reanimation reanimation wird es weiter fast enttäuschend ja ich bin bei gesammelter erkennungsmarken zuweiter ja springstoff kills wird da bei den highlights bin ich leider nicht ja halt auch sein batman ja mach ich mal beenden bevor er mich hier wieder ins nächste schmeißt das dauert immer seine zeit wird beendet ja es wird ganz schön lange beendet ja das verstehe ich halt echt solange das beendet wird es wahrscheinlich schneller den prozess zu force closen und dann neue festung von v das ist ja toll ist voll schön die festung ja für mich auch alter das ist so dumm halt die sabbel ich verstehe es nicht mehr wieso du bist doch äh was sprechen wir ja ne ist jetzt nicht mehr wie das türkisch das ist sprich ein anderes türkisch ja so sanft sprechen türkisch türkisch achso das ist osmanisch das ist türkisch da wird nur jedes ü durch ein ö ersetzt ja bla 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 tschüss ja vor allem wenn du im spiel bist geht das beenden super schnell ja ich verstehe das nicht so ganz vielleicht das ist fast schon wie so eigenwerbung quasi ja ich weiß du willst beenden ja das dauert ein bisschen ups jetzt muss noch ne Runde spielen ups wie ist das denn passiert ja das ist ich weiß auch nicht so jetzt muss ich mal gucken was sieht es mit meinen Dienstaufträgen so aus ist da irgendwas was bald fertig sein könnte nö ja wie gesagt ich müsste für den Dienstauftrag halt einfach mal Sniper spielen aber ich fühle mich dann immer so nutzlos ist es aber nicht schau dir das Profi Tutorial an ich fühle mich nutzlos weil ich es spiele ich sage nicht dass es per se nutzlos ist das hat glaub ich eher was mit meiner Person zu tun achso also wie soll ich wie soll man denn das schaffen 5 Gegner mit der Spritze zu neutralisieren keine Ahnung vielleicht äh halten sie einfach mal still achso oh das wäre mir ganz lieb ne dankeschön wenn die Einbrecher sich nicht die Objekte aussuchen können ne achso 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 ich drücke mal die Cut-Beenden-Taste wie auch immer Cut-Beenden-Taste Prophet war die die Anyway wir